hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge bausimulator jawohl wir sind hier wieder am start immer noch an dem college dran ja in der letzten folge haben wir hier erfolgreich jede menge beton gegossen wir sehen könnte beton die betonprobe steht dann noch haben wir ja stehen lassen erstmal weil wir noch nicht wissen was man damit machen sollen sechs mal holzpaletten sollen wir jetzt auf jeden fall hier rundherum verteilen kein problem kriegen wir hin machen wir eben hier schnell auf ganz entspannter basis wo müssen die dahin alle da vorne alles klar die mal easy gestemmt in der nummer auch hier werden wir wieder aus holz bauen warte mal ich so genau ich weiß ich gucke immer noch da rüber und muss schauen wo der kran ungefähr steht und warte mal so so okay alles klar jetzt sehe ich wieder was ein bisschen näher ran wo ein bisschen näher ran damit ich überhaupt sehen kein problem so einmal hier an der neue haben wir die auto rausgepittelt also wir müssen wahrscheinlich so wie das ja aussieht da haben wir noch jede menge massig teile rumstehen das speichert er wieder um wände zu gießen da sehe ich aber das kalte grauen auf mich zukommen weil es wird ja wahrscheinlich nicht bei einer etage bleiben college ist ja schon was größeres wobei andererseits muss man sagen da stehen nur noch vier und haben beim letzten also bei der ersten etage auch vier von den päckchen gebraucht das heißt es könnte glück haben nur eine weitere etage oben drauf kommen also für die stragelei mit dem mit der betonpumpe um jedes mal nicht da irgendwo in irgendeinem baugerüst hängen zu bleiben wenn ich das schon geil wenn ich nur eine weitere etage drauf geben würde ich weiß nicht irgendeiner hatte mir meine kommentare geschrieben oder gar kein problem mit hat kriegs irgendwie nicht gebacken jedes mal gleich mit diesen blöden punkten ja mit dem armen auslieger keine ahnung wie man es nennt irgendwo am baugerüst hängen und kriegst eine krise aber egal wir schaffen das okay so fangen wir gar nicht an der spruch war daneben ich fange jetzt hier nicht alte gemein auf zu werden ich krieg das hin ich bin ja mal gespannt was wir jetzt hier müssen ja eigentlich noch 50 wände besorgen wahrscheinlich ne könnte ich mir fast vorstellen na gut wir sehen aber es schreit förmlich danach dass wir noch irgendwo fertigwände besorgen müssen den auftrag da noch nicht angeguckt bis zum ende nur das was wir uns da kurzzeitig angeboten ein bisschen angeschaut haben wir den auftrag angenommen haben so ok alles klar hammer halt stopp so die wo stehen die denn fertig was fertig wand elemente beton hier da steht wer so wird der findet ne der auftritt verschwindet tage war in köln wieder eine bombe gefunden worden aus dem zweiten weltkrieg verkehrschaos af verkehrschaos af man kennt es aber gut okay man ist es gewöhnt und ich bin hier fast jeden tag irgendwo bei irgendwelchen bauarbeiten in ganz köln noch blind gegen den zweiten weltkrieg das ist hier keine seltenheit ne da ist man mittlerweile dran gewöhnt ich war vor ein paar jahren auch mal davon betroffen dass ich dann evakuiert wurde beziehungsweise ich bin von da kommen durfte nicht zu hause jetzt schon ätzend freust du auf zu hause und was ist nächstes nächster stundenlang fest aha guck mal an jetzt müssen wir auf wofür das holz ist ah jetzt wollen wir die deckenelemente hier ok alles klar aber da wird ein kram voll hier war so wie es aussieht so wie es aussieht und die waren jetzt gerade gar nicht mehr also sorry ne dafür konnte ich nichts die kriege ich hier auch gerade voll ab naja gut ok so warte mal wo müssen wir hin hier vorne irgendwo da wieviel brauchen wir 4 4 mal deckenelemente ja das wird auf jeden fall ne kran folge so wie es aussieht und diese ganzen holzbalken halten die ganzen deckenelemente echt naja gut ok ich vertraue dem ganzen mal den ganzen realer vertrauen würde ich weiß ja nicht nur nur schon wieder soundbugs ich hoffe man hört die in dem video nicht ganz so krass zack so und die nächste ich bin ja mal gespannt wie das gebäude am ende des tages aussieht ne das sieht bestimmt ganz cool aus ich kann mich da nur immer wieder wiederholen also da haben sie sich dann doch ein bisschen was einfallen lassen hier ne also finde ich schon ganz nice im gegensatz zum bausimulator 3 was man hier so an gebäuden bauen darf oder generell was man so alles bauen kann finde ich echt schon nicht schlecht ich meine im alten teil was hatten wir da diesen großen supermarkt hatten wir dann hatten wir wie viel war das zwei oder drei brücken gut brücke haben wir jetzt auch schon eine gebaut war aber auch dann anders aufgebaut ne mit den ja mit der farbe anders setzen und so weiter fand ich schon ganz nice was hat man denn da noch ich meine wir hatten da jetzt auch keine schlechten objekte ne so ist es nicht aber hier haben sie glaube ich oder für meine begriffe nochmal ein schiffchen draufgelegt finde ich echt gut da hat man sich wirklich ein bisschen was einfallen lassen als hier was so ein bisschen nachteil ist meiner meinung nach ist es viele beton gießen so viel beton gießen das ist echt übel aber gut egal müssen wir durch kommen wir nicht drum rum ach du scheiße wie viel müssen wir denn hier abliefern ach du kacke da sind wir aber richtig lange dran na gut ok müssen wir ja machen ne gehört dazu so die ballern wir direkt mal hier hin jawoll oh die habe ich sogar sehr sauber abgesetzt ich finde eins nice so zack hier runter jawoll ja komm jawoll jawoll sehr schön dann haben wir nämlich hier dürfen wir das der eingang ja dürfte der eingang sein haben wir den schon mal so weit am start ich gehe mal davon aus dass wir denn da auch wieder beton drauf gießen dürfen oder mit sicherheit könnte ich mir zumindest vorstellen so ok die haben wir schon mal dann müssen wir hier die warte mal nehmen wir erstmal die großen würde ich sagen krähe krähe halt den mund ich hätte mir so krähen so ich glaub schon so was haben wir denn hier einmal die dünne hier wo kommen die kleinen dann dahin haben wir gleich sehen oh was ist das wie soll es dir denn da so ein bisschen verrissen so also ich habe das in einem anderen Let's Play gesehen aber es war im Co-Op-Modus da sind die Wände teilweise übelst durch den Boden gebackt und alles und je nachdem ja gut ok wäre mir ja auch schon mal fast passiert dass ich nicht gesehen habe dass ähm eine ein Deckenelement auf dem anderen drauf lag wir hatten da das äh untere Deckenelement dann gegriffen mit dem Kran und dann flog die das das was da drauf lag dann quer durch die Luft und so was ich mir auch gedacht habe ups ok ich meine das sammelt sich dann zwar nachher hier hinten an dem an dem Sammelplatz wo wir unsere ganzen Klamotten stehen haben das liegt dann da wieder wenn es abhanden kommt boah ok das ist jetzt so nicht das Problem aber dennoch fand ich das schon wo ich gedacht habe ok ziemlich harte Action die da abgegangen ist also wie jetzt hier zum Beispiel wenn ich jetzt den den anderen greifen würde dann würde die Platte hier voll übelst durch die Gegend fliegen also zumindest war es bei denen im Video so ja auch gedacht ups das ist leicht buggy naja gut egal so wenn ich das richtig sehe haben wir jetzt acht Wände äh acht Deckenelemente also mehr gleich fertig und ich könnte mir echt vorstellen dass wir das dann alles noch hier betonieren dürfen naja gut wenn wir jetzt gleich sehen wenn wir die beiden hier da drauf gepedelt haben so ja jawohl sehr schön und die letzte dann haben wir das auch schon mal erledigt na komm runter check und einmal hier rüber jawohl und drauf gesetzt perfekt nice markierten Bereich räumen äh Holz und Bewährungsgitter wo Vorsicht ah hier guck mal an hier liegt schon überall alles ja aber Währungsgitter heißt äh beton gießen ne in der Regel wenn ich davon spreche beton gießen zu müssen dann muss ich nämlich meistens danach nicht beton gießen mal ganz praktisch aber was ich mir jetzt vorstellen könnte ist dass der das habe ich mir nämlich fast gedacht dass der Arm von dem Beton von dem Betonbombier jetzt mir hier im Weg hängt Moment das müssen wir ändern das geht sogar nicht das geht mal überhaupt nicht so tu mal her und einmal zusammenklappen dankeschön lassen wir mal den noch mal stehen na weil man weiß vielleicht brauchen wir sie ja doch noch so weiter geht's weiter geht's weiter geht's weiter geht's mach mit na komm und dann kommt ja dann noch eine zweite Etage drauf so wie es aussieht ne oji 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 ojiwe also wir haben hier ja echt noch einiges zu tun ne muss man dazu sagen da ist aber noch nicht fertig female mit nix ne mit der nummer da geht noch chair da geht noch ein bisschen was na komm bisschen höher und abgesetzt und der letzte palette holz wahrscheinlich müssen wir dann hier danach hier die die heißen die teile noch mal ich vergesse den namen jedes mal diese roten dinger daneben könnte ich mir zumindest vorstellen pendelig maus dankeschön und einmal reiner jawohl sehr gut und wir müssen die baumaterialien auspacken fahren erst mal hier den armen oder wie man den kran hat mir ein so alles klar aber ja hüften schwingen gehen wir schwingen die hüfte mit schmackens war und sagt hüftschaden man kennt es ja warum nur weil die jetzt da holzdinger denke ich die decke betonieren siehst du sage ich doch So Und jetzt den ganzen Laden hier, oder was? Ne, warte mal Wo muss ich denn hier anfangen? Kann das so schlecht erkennen? Ah, das ist ja schon betoniert Okay, wir müssen hier vorne Also quasi in den Eingang Okay, damit können wir arbeiten Ja, ist richtig Alles klar War jetzt immer so ein kurzer Test Ah, ne, halt, warte mal Ich muss den Deckel noch aufmachen Zack Ja Jetzt laufen wir hier rum Hier haben wir ein bisschen mehr Platz, ne? So, wie viel haben wir denn noch hier drin? Ah ja, gut, okay Das sieht noch Das sieht noch gut aus So, fast voll der Wagen So Und rein mit dem guten Zeug Da kommt Ja, da müssen wir wahrscheinlich die Decke, die wir jetzt gerade auf der anderen Seite dann noch gemacht haben, auch noch betonieren Na ja, gut, sollte kein Problem werden Äh, halt, stopp Wobei, ich glaube, ich stehe hier ziemlich nah dran, ne? Ich könnte unter Umständen doch zu einem Problem werden Ah, hör Ah, komm, gib mir diese so eine Prozent Oh, ne, das ist doch nicht eine Prozent schon mehr Nein, 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 komm, Manni Nein, 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 komm, Manni Ich krieg den A nicht höher, ne? Also doch, höher kriegen wir den, aber nicht näher ran Okay, warte mal, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen Wie viel Sinn, das ist noch drei Prozent, ey, komm Ich will nicht umparken Oh, shit Ich sehe nix Komm, schütt doch irgendwie da rein Ich will einfach nicht umparken, das ist das Problem Ja, 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 ja Komm, da geht was Ja, wir haben es geschafft, oh Gott Boah, was ein Krampf, ey Ich wollte einfach nicht umparken, ne, ganz ehrlich Aber wahrscheinlich muss ich jetzt noch umparken Dann, wenn ich mir das hier angucke, das ist ja echt ziemlich weit weg hier, ne? Zeig mal her Ja, vergiss es, da kommen wir niemals ran Verdammt, schade Aber, egal, kommen wir nicht drumherum, ne? Da kommen wir leider nicht drumherum Hier müssen wir dann doch nochmal umparken Weil so geht's nicht Jetzt ist mir die Frage, wo stellen wir den am besten hin Schaut mal her Haben wir die Möglichkeit Kommen wir von hier aus da dran? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Warte mal, ich fahr mal hier rüber Vorsicht, die Laterne wieder Oh Schauen wir mal Vielleicht kommen wir von hier besser dran Na, sieht der nach aus So, können wir uns hier hinstellen, geht das? Ja, das funktioniert Deckel wieder auf Das ein bisschen hoch So, jetzt müssen wir nur mal gucken Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht wieder zu nah dran stehe Wäre nämlich ein bisschen blöd gelaufen dann Aber gut, kriegen wir alles raus Kriegen wir hin Na, läuft doch weiter hier Echt übel, ne? Aber gut Kein Problem für uns Das ist kein Problem für uns Das kriegen wir immer hin Oh, aber so rum ist irgendwie ein bisschen sehr langsam, ne? Na gut, okay Ja, das hab ich mir nicht fast gedacht Dass wir jetzt hier einen Stau produzieren werden Na gut, dann müssen die Leute jetzt erstmal durch Muss auch mehr vorbeifahren, oder was? So, halt, stopp Wo sie schon Oh, ne Jawohl Oh, Digga Man müsste jetzt hier warten, ne? Habt ihr Pech gehabt Oder ihr fahrt außenrum, irgendwo anders lang Da kann ich jetzt nicht was dran machen, ne? So Mal gucken, kommen wir hier an dem Baum vorbei, ja, ne? Das sollte gehen Ja, entspannt hier, die Nummer Naja, wahrscheinlich wird das entspannt, aber Läuft auf jeden Fall So, und Apropos läuft Beton läuft Muss nur gucken, dass wir hier direkt am Anfang hier vorne alles hier zugeworfen kriegen Naja, sollte aber passen Ja, mal rein mit dem Stuff Ja, vielleicht sollte man das Dach treffen Ja, sieht gut aus, sieht sehr gut aus Ja, das sieht nicht so gut aus Ah, halt, Moment Arme hier durch, bitte Dankeschön Und Und Wieder rein damit Oh, ist halt ein bisschen, äh, staulich, ne? Kein Problem Wir produzieren Staus Also Ich bin das gewohnt Oh, halt Mit Staus Kenne ich mich aus Und das rein sich Und das ist gut, das ist gut, das haben wir einen Hut, ne? Der Lüge Zack So, 91% Jawohl, komm Im rein mit dem Zeug Im rein mit dem Zeug Und wir haben 100 Jawohl, sehr schön So, markiert im Bereich Räumen Haben wir erledigt Palette, Beton Was? Schalung Ja, kein Problem Aber wir räumen erstmal hier Mal eben hier auf Weil So geht's ja nicht, ne? So nicht Sag ich mal her Kann man uns Bündchen vor machen Wir produzieren Staus Zeig Auch hier Haben wir einen nice Screenshot gemacht Von den produzierten Staus Aber wie sie hier schön warten, ne? Statt die Idioten einfach da dran vorbeifahren So, warte mal Den stellen wir mal hier hin Ey, ganz ehrlich Dieses College-Shirt sehe ich gerade zum ersten Mal Zack Und auch hier haben wir einen Screenshot von gemacht So, rein hier Na, komm, steckern Und weiterfahren So, kommt ihr hier mal zur Ruhe Packen wir den mal wieder hier drüben Oh, Vorsicht, Zerne Die Kurve haben wir nicht gekriegt Oh, jetzt, alles klar Und stopp So, was brauchen wir noch? Betonverschalung Gar kein Problem Ah, das sind jetzt die letzten vier Also das heißt Next Etage da oben drauf Ja Okay, alles klar Die setzen wir jetzt noch da vorne hin Ja, komm Ja, nimm die Ist auch okay Passt schon Ich kann mit beiden leben Weil ihr kommt eh alle hier rüber Haha So, zack, runter damit Oh, Vorsicht Na, komm Jawohl Sehr schön abgesetzt Ein bisschen unorthodox Aber hey Was soll's Ja, komm Die nächste Pendel, Pendel, Pendel Ich sehe da noch ein Paket Bewährungsgitter Das gefällt mir wiederum gar nicht Wobei andererseits Ich sehe da noch Decken-Elemente Ohne Ende Und ihr wisst, was es heißt Ihr wisst, was das heißt Wir gießen Beton Tom, 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 Tom So Das ist ein Beton De Zack Einmal hier rüber Ja Zack Setzt Lass mich raten Ich muss mal dann wieder auspacken Mit Sicherheit müssen wir die wieder auspacken Hier, mein Freund So And the last one Und Na, komm Jawohl Jawohl So Dann wollen wir hier nochmal hochziehen Um Platz zu schaffen Hächel, hächel Komm mal runter, Junge Entspann ich mal So Und auspacken Na und Wo haben wir sie jetzt? Oh, noch eine Etage Was ist er da drauf? Naja, gut, okay Egal Aber Wird langsam Wird, 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 wird Wenn ich's wird, wird, wird Ja, dann würde ich sagen Machen wir hier ein folgendes Ende Bis hierhin Sieht die Nummer doch ganz Manierlich aus, oder? Was meint ihr? Ich würde sagen, ja Also von daher Alles gut So langsam wird das College Was haben wir denn jetzt hier? Da haben wir wieder Und hier haben wir wieder Und hier Haben wir ein Treppenhaus Aber da kommen wir nicht rein Oder? Wo? Wie geht's jetzt ins Treppenhaus? Da Wollen wir mal schauen von oben Na komm, gehen wir da hoch Ja, wow Toll Da ist ein Ende im Gelände Naja, egal Ich würde sagen, wie gesagt Wir machen hier ein folgendes Ende Ich bedanke mich fürs Zusehen Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Ihr wisst, wie es funktioniert Wie immer Bewerten Kommentieren Lamentieren Nee, Quatsch Kostenlos abonnieren Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Und dann schauen wir mal Was wir dann hier Als nächstes Tun dürfen Ich sag mal Bis demnächst Und ciao, ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal